hallo und herzlich willkommen hier zweiter folge hier hier der marsch ja die haben mir vor der gekommen im mineral vor der jetzt gehen die nächsten ihr mineral futter weine stahl oder kuhstahl nur so stück für stück arbeiten jetzt container halt ne ja an arbeiten auch noch ich muss auch noch mist leiden gegen eine bga haben die immer zu tun eine weile dann läuft die sache ein bisschen ja ansonsten heute viel organisieren dass du oben prinzip die sache abgebildet wird als rote breiter ist fast voll da muss auch gemacht werden gucken wo der lkw ist wenn man kann ich gesehen ja samstag ja gestern war noch ein bisschen wegen heute hat schon aufgehört kann man sagen also bei mir ist ich wohne das nicht gut was er gefördert liegt es neuer alle anderen wir haben fluss wo man hier war nicht so viel wie jetzt befürchtet also mehr in bayern das viel gefallen also als bereich der donau im grunde haben die glück dass nur die donau betroffen war glaube ich glaube der in die also die innen nicht die indien oder so also das flüsschen was man am problem werden kommt also als guter umweg wenn du nicht alles war einmal kommt dann geht es meistens dann ist nicht allzu viel klar voll werden sie wären und sicherlich werden sie auch bewahren müssen die gleiche et cetera kontrollen so aber halt ja also wer da wohnt normalerweise weist hat dann wenn du hörst viel regen alarmglocken ich sage ich würde das von vornherein nichts im keller reinsteigen was von wert wären also das ja also tiefgarage mit auto wer sowas baut in so einem bereich hat selbst schuld ansonsten würde ich eher zu tendieren ja alles was im keller ist was vom wert ist im ersten geschoss ja und da auch schon gefährdet ist und ist ja blöd paar maßnahmen kannst du ergreifen also so eine dichtwende oder sowas natürlich kannst du wissen was dann vorbeugend machen also wer sowas hat muss sich halt mit so beschäftigen was dich bekommen wir haben der firma auch so eine alu wenn diese jeder pot jeder prinzip aufstellen muss bei stark regen ups keiner gesehen spiegel weg dann denke man denke muss ich das ja ja wenn so eine platzregen kommt das meist ein bisschen kann es sein dass es dann um das zu verhindern haben sie halt für einen halben meter so eine alu wände vor dann bauen sie ein schrauben die fest und dann ist es dicht jeder kann nur raus und rein wenn man das bis zu den knien wasser steht wird auch mal jeder die überlegung raus geht naja gut ja gut barfuß gehen jetzt auch eine sache ist nicht jedermanns sache also hier steht ja schon mal ich mach mal diesel den checken mal beladen ja ist der punkt hier das ist der lkw der checken mal segelwerk die bretter da scheinen wirken auch muss er nicht erfahren ja die man sehen bei gelegenheit rein knallen oder verkaufen hat aber in verkaufen wird er morgen kommen wenn wir also im dezember wo haben wir nicht eigentlich da normalerweise mal gucken dafür dass man betreibt gerade aber erst mal die bretter und das ist der lkw gesungen bodenschuhle urlaubiger zeit da kann man immer so in der zeit extra das fahren möchte ich auch nicht vor allem muss ich auch entsorgen das ist auch ganz gut im urlaub zu machen die sachen entsorgen die man nicht brauchen also einiges ich jetzt ja übrig habe ja komm ich so gestern habe ich gespielt da war alles gut aber heute reinkommen ganz reich muss ich nächstes mal also meistens eine glückssache man lädt zack funktioniert oder halt nicht wenn man die breite entsprechend zum säge weg bringen und die glas oder vor die glascheiben und dann die breite oder breite dass man weiß ich gar nicht noch mal weiter er war eine fuhrer mist und dann schon der lkw angekommen ist die liste ist ja auch noch nicht lang und 81 kürzer gar nicht hinterher da kommt es nicht hinterher so dann bin ich zu breit oder stumm zu schmal also wenn man an der selbe stelle drückt ist doof die üben haben wir auch noch nicht die hähne müssten morgen kommen im dezember das war nicht mehr das ganze das könnte man auch gut für gar silage nehmen die die wiesen sind jetzt nicht theoretisch pressen lukzerne müsste man morgen gucken morgen im dezember auf die noch so weit dass man sagen kann man könnte jetzt drehe ich noch mehr jetzt ist das mist auch erledigt die lage reist für stunde ich werde mal ganz kurz jetzt die Lenkung einstellen sieht man sowieso nicht die Zeit die große Masse nicht da die da sind will ich es entschuldigen kurz das Programm starten Haken weg und Haken hin machen dann passt er wieder zumindest manuell mal gucken zum LKW zum anderen LKW nächste Mineralvater holen muss ja auch der Diesel alle sein beim Kieswerk längerfristig gesehen müssten der Wald ja die Raffinerie die Fördersteller am Meer aber kostet glaube ich 4 Millionen das ist utopisch kriegen wir nicht hin aber eher Treibhäuser wichtig die größeren also zum Beispiel aber so hinter drüben der Schweinestall muss noch was fliegen und die Schweinestall dann ruft über 2 das ist Ja, jetzt ist ja bald das Video wieder 14 Tage her. Vielleicht kommt ja in 14 Tagen die nächste Information, also man wird ja so nach und nach die Zuschauer heiß machen, ne? Ja, ist doch normal. Ich meine nach 3 Jahren neues Spiel ist glaube ich ganz, naja, super, so gut gemacht. Sollte so sein, ne? Das war ja das Manko bei Kettler im Kopf, dass ja im Prinzip irgendwann mal nicht mehr da war der Reiz, ne? Also bei mir ist meistens die Karte entscheidend, wenn er mit der Karte mehr oder weniger, ja... Also Standardkarten ist nicht mein Fall. Das ist so. Und wenn das irgendwann ein Punkt erreicht und du sagst, oh, das macht keinen Spaß, ne? Dann bist du halt von dem weg, ne? Das ist so. Kommt ein Auto? Keine Ahnung. Die Autos kommen sowieso nicht. Was kommen könnte, wenn die ganzen Fahrzeuge... Alle fahren. Das ist gut. Das war eh nicht so viel gewesen, dann habe ich noch einen Teil geliefert gehabt, da war nicht viel da. Oh, Bremden, Junge, Bremden. So. Irgendwie ist der Kopfplatz, der kippt nach links, ne, Boote, ne? Ah. Dann bleiben wir sie belahnen. Dann wird ja nicht weit fahren. Oh. Oh, 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 oh. Ich hoffe, wer hat die Bäume gepflanzt. Wer war das? Ja. Du kriegst die zwar gut hingestellt, aber nicht weggefressen. Muss wegfräsen, ne? Ja. Gut, das läuft ne Weile. Jetzt der leer ist, muss rüberschalten. Lkw. Okay. Haben wir hier viel da? Mal gucken. Ja, das würde für Keyspeck und Dings reichen. Fischerei. Fischerei. Fischerei ist ganz wichtig. Da gibt es noch ein paar Neuerungen, glaube ich sogar. Aber das muss man finanziell erstmal durchplanen, ne? Möbel. Öl, Dünger, Futter, Heuler, Kies, Sand, Muddel, Sand, O, Milch, Glamour, Rekollisation. die frage wo ich das eingetragen habe dass man die sagen ich habe da ein bisschen chaos irgendwann durch ich habe es noch vor und noch geschaut wie es heißt aber das habe ich mir vergessen die abladen das genau genau richtiger ordner da ist das rande ich bin mir nicht ganz sicher wir werden noch mal zum links fahren das wollen wir nicht wachsen die werden morgen kommen denke ich mal dass mein großer verdacht hat die bäume rechts alle dann punkte reichen wo man sagen kann auch jetzt aber gut ja die kleinen bäume sind natürlich die waren die ganz kleinen die handgroßen die hähne kommen gibt nächste woche ja hier wäre so was für wenn man das haben will und gänse für weihnachten dezember idealer zeitpunkt also wohnen sie zum herbst also ich werde nicht abgeneigt also ich mich persönlich nicht eine ente vor aber die muss schon ein bisschen im saft sein also vom gewicht her zweieinhalb kilo muss man haben sonst ist dort nichts dran dann können wir auch nicht gleich stro fahren und ja das rest sehen wir weiter was noch fehlt vielleicht ein bisschen getreide und ein bisschen raps ob wir noch einen lager haben für die produktion da ist noch holz freigelegenheit ich würde mal gucken der eine hier ausgelegt klar schein mal gucken was noch ist hier sonst dann muss ich auch hier hervor an wartung das geht karton bretter glasscheibe das lädt er aus müsste telegramm sein dann holen wir gleich mal bretter noch ich wollte nur nicht bretter hoch und voll die bretter gehen hier glaube ich nicht gerne aber dann das traktor ja weiter genau ich kann ja ja wenn selbst da das reicht mal ja ja dann können wir uns an die mich an die land mit opa kommen aber nur keine eine wahn und kann automatisch machen zu also glaschalen die produktion ist nicht so so viel jetzt halt so jetzt mach ich mal 25 wir haben sie tun ja jetzt ist die ernte zeit zu ernten es geht ganz anders wenn die bäume gewachsen sind zumindest die die größten dann kann man da auch anfangen ja und dann stand sich die frage aber wir werden trotzdem mehr gepflanzt das ist aus prinzip ne fällt dir vor wir pflanzen keine kommt keiner als 25 ich meine das wird nicht passieren ich bin von dem Zweck dass es kommt wie gesagt gehälter wollen sie auch zahlen entwicklung muss auch bezahlt werden äh steuern etc ich denkst nur dass alle die dann steuern zahlen müssen was ist hier für ein Scheiß das ist hier jetzt Rindenburg das ist hier jetzt Rindenburg mit einer Glascheibe einlager und da haben wir jetzt keine Zeit für Fenster das machen wir gleich ja wie in der Fleisch ist keine mehr da da muss ich mal schauen Schafskäse ist auch noch nicht so weit da ist auch Diesel knapp Sägeberg wollte ich gucken ja aber oben sahen das ganz gut aus aber wenn das mal leer ist dann könnte man sagen ja das können wir jetzt aber hier wie man so sieht einige Sachen sind gut gefüllt aber andere Sachen wiederum ja Mineralfutter produziert nicht viel geht ja wahrscheinlich auch da drauf ne Mineralfutter ja den stoppen wir mal später erstmal gucken hier gucken hier das Malzbier ist neu da hat ich extra Zucker hergefahren das lohnt sich aber nächstes morgen garantiert also morgen ja also leerplatten fehlt noch ja opfen muss ich nicht darf ich nicht auch nicht vergessen ähh Backwaren da haben wir genug Anhand das Mineralfutter mehr kommt ne also das ist ja jetzt ungünstig man muss halt die Lidiane rausfahren was geht ne Segelwerk das Segelwerk Käse da ist doch Ritten wo ich einlagern da wollte ich gleich mal gucken bei Glas Fenster da muss ich auch noch was tun da sieht Hanf und das mach äh mal mal anbauen anbauen muss ich nur irgendwann mal dran denken nächstes Jahr vielleicht schon zu spät aber vielleicht kann man mal in meinen Augen schauen Fenster Fenster hole ich Glas habe ich Fenster das ist garantiert das ist garantiert auslagern ja das ist auch nicht auch nicht einlagern mal mal gucken wegen wo die Flaschen gibt ne da könnte man auch nur Cern rein fahren einlagern einlagern gut hier Bretter 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 wo ich habe aber immer nur 10 mit soll ich schon weiter gewesen sein ja vielen Dank bis zum nächsten Mal tschüss das muss ich nicht mehr nehmen tschüss